Leben und Wirken des Georg Müller in Bristol Seinen eigenen Berichten entnommen Zweite vervollständigte und illustrierte Auflage Basel 1875 Erstes Kapitel Wenn man die Wege, welche Gott mit der Menschheit geht, aufmerksam überschaut, so macht man die Wahrnehmung, dass er von Zeit zu Zeit auserwählte und mit großer Geisteskraft ausgerüstete Werkzeuge aufstellt, um dem umgläubigen oder kleingläubigen Geschlecht zu zeigen, was er, der Lebendige, aus einem Menschen machen oder durch ihn wirken kann Ein solches Werkzeug und Denkmal der Gnade Gottes ist sicherlich auch der Mann, welcher in unseren Tagen außer vielen anderen Werken zur Förderung des Reiches Gottes auch die großen Weisenhäuser zu Bristol in England ins Leben gerufen hat, Georg Müller Er wurde am 27. September 1805 geboren zu Krattenstedt bei Halberstadt in der preußischen Provinz Sachsen Schon nach fünf Jahren jedoch hatte er seinen Geburtsort zu verlassen und in das benachbarte Heimersleben zu ziehen, wohin sein Vater im Jahre 1810 als Steuereinnehmer versetzt wurde Die Erziehung, welche dem Knaben und dessen jüngeren Bruder zuteil wurde, war in mancher Hinsicht eine verfehlte Der Vater bevorzugte nämlich den älteren Georg zu sehr gegenüber von dem jüngeren Sohn Dadurch bekam jener Anlass, sich innerlich zu erheben, während der Bruder eine Abneigung gegen ihn und den Vater fasste Noch verkehrter war es, dass der Vater den Kindern Geld gab, ehe sie es Recht anzuwenden wussten Sie sollten sich nämlich gewöhnen, Geld zu besitzen, ohne es auszugeben Georg aber kam dadurch in Lügen und Trügen hinein Wenn er sein Geld ausgegeben hatte und der Vater Rechenschaft verlangte, so legte er falsche Rechnungen vor oder er borgte geschwind so viel Geld, als er dem Vater zu zeigen hatte Selbst als sein Treiben entdeckt und bestraft wurde, kam es nicht besser Ja, zuletzt entwendete er Staatsgelder aus der Steuerkasse seines Vaters Dieser schöpfte Verdacht und ließ absichtlich eine Summe gezählten Geldes liegen Georg nahm etwas davon und versteckte es Als der Vater wieder kam, wurde Georg durchsucht und das Geld in seinem Schuh gefunden Natürlich wurde er bestraft, aber wieder ohne Erfolg Er nahm sich nun vor, es künftig klüger anzugreifen Als er etwa elf Jahre alt war, schickten ihn seine Eltern auf das Gymnasium nach Halberstadt Da er einmal Pfarrer werden sollte Aber auch an seinem neuen Aufenthaltsort fuhr er fort, der Sünde zu dienen Indem er namentlich seine Musestunden zum Romanlesen und zu anderen sündlichen Gewohnheiten verwende Etwa drei Jahre später verlor er seine Mutter In der Nacht des Samstags, in welcher sie in Heimers Leben im Sterben lag Allerdings ohne, dass er es wusste, spielte er Karten bis zwei Uhr morgens Am darauf folgenden Sonntag ging er mit einigen Kameraden ins Wirtshaus Und zog von dort mit ihnen halb berauscht durch die Stadt Am nächsten Tag begann der Unterricht zur Vorbereitung auf die Konfirmation An welchem er gleichgültig und gedankenlos teilnahm Als er in seinen Logis zurückkehrte, traf er dort seinen Vater Welcher ihn und seinen Bruder zum Begräbnis der Mutter abholen wollte Auch dies machte keinen dauernden Eindruck auf ihn Er ging immer tiefer abwärts Drei oder vier Tage vor seiner Einsegnung und darauf folgenden ersten Kommunion Machte er sich grober Unsittlichkeit schuldig Und am Tage vorher, da er bei dem Pfarrer nach der hergebrachten Weise Ein Sündenbekenntnis abzulegen hatte Betrog er denselben, indem er ihm nur den zwölften Teil von der Gebühr gab Welche der Vater für den Pfarrer bestimmt hatte In diesem Herzenszustand, ohne Gebet, ohne wahre Reue, ohne Glauben Freilich auch ohne Erkenntnis des Heilswerks Denn der Unterricht war rationalistisch Wurde er eingesegnet und ging zum Mahl des Herrn am Sonntag nach Ostern 1820 Doch war er keineswegs völlig verhärtet Er hatte ein Gefühl vom Ernst der Sache und blieb deshalb am Nachmittag und Abend zu Hause Während die anderen konfirmierten Knaben und Mädchen auf dem Feld umherstreiften Er fasste Vorsätze, seine lasterhaften Gewohnheiten aufzugeben Und mehr zu studieren und versuchte dies auch wirklich zu tun Aber das geschah nur in eigener Kraft und führte daher zu nichts Ja, die Not, in welche ihn sein verschwenderisches Leben zuweilen stürzte Brachte ihn einmal so weit, dass er einem Soldaten, der in demselben Hause einquartiert war Sein hartes Gommisbrot stahl Als hierauf sein Vater nach Schönebeck bei Magdeburg versetzt wurde Trat auch mit Georg eine Änderung ein Er verließ Halberstadt und hielt sich vorläufig in seines Vaters bisherigen Hause Zu Heimers Leben auf, um einige bauliche Veränderungen der Selbst zu beaufsichtigen Nun war er sein eigener Herr und konnte sich umso mehr allen Arten von Sünden hingeben Das ungebundene Leben gefiel ihm so, dass er seinen Vater beredete Ihn noch länger in Heimers Leben zu lassen Unter der ungenügenden Aufsicht eines Pfarrers, der ihm einigen Unterricht gab Da er auch Schulden einzukasieren hatte, so unterschlug er von diesem Geld und machte heimlich Vergnügungsreisen Er begab sich dabei auch nach Braunschweig, wohin ihn die Neigung zu einem jungen Frauenzimmer trieb Nach 14 Tagen hatte er kein Geld mehr und musste die Stadt verlassen Nun ging er auf ein benachbartes Dorf, wo er nach 8 Tagen im Gasthof seine Kleider zurücklassen musste Er wandte sich nach Wolfenbüttel und lebte hier wieder auf Kredit, ohne sich etwas zu versagen Endlich suchte er eines Morgens davon zu laufen Er wurde aber verhaftet und aufs Polizeiamt gebracht Hierfür hörte ihn der Beamte wie ein Vagabunden oder Dieb und schickte ihn als dann ins gemeine Gefängnis So war er mit 16 Jahren ein Hausgenosse von Dieben und Mördern geworden Aber selbst dies brachte ihn nicht zur Besinnung Vielmehr suchte er durch Erzählung von allerlei erlogenen Geschichten dem Dieb, der die Zelle mit ihm teilte zu zeigen, was er für ein famoser Bursche sei, wie er es sich ausdrückte Nach etwa 4 Wochen kam endlich von dem Vater das nötige Geld, um Georgs Schulden und die sonstigen Auslagen zu bezahlen Im Januar 1822 wurde er freigelassen War aber durch die erfahrene Züchtigung so wenig gebessert Dass er mit einer entschiedenen, schlechten Person den größten Teil seiner Heimreise machte Der Vater züchtigte ihn empfindlich und er nahm sich eine Zeit lang zusammen So dass jedermann mit ihm zufrieden wurde Aber im Herzen blieb er derselbe und setzte seine geheime Sünden fort Er sollte nun zu Michaelis das Gymnasium in Halle besuchen Aber er hatte keine Neigung dazu, weil die Aufsicht da selbst ihm zu streng war Daher ging er statt nach Halle, ohne Vorwissen seines Vaters, nach Nordhausen im Harz Ließ sich dort prüfen und erst nach seiner Rückkehr und am Vorabend seiner definitiven Abreise Sagte er dem Vater von der Sache und er fand, um sich möglichst gut hinauszureden, eine ganze Kette von Lügen Es gelang ihm auch, den Vater zu beschwichtigen und die Erlaubnis zu dem Eintritt in Nordhausen zu erlangen Hier blieb er denn auch zweieinhalb Jahre und studierte so eifrig Dass er von dem Direktor der gelehrten Schule bald der ersten Klasse als ein Muster vorgehalten wurde Dessen ungeachtet war sein Herz fern von Gott und erlebte in mancherlei Sünden, sodass er endlich erkrankte Während seines dreimonatlichen Krankenlagers las er auch ernstere Schriften, wie Klopfstocks Gedichte Aber er besaß nicht einmal eine Bibel und das seien mehr als 300 Bücher Zuweilen kam ihm wohl die Empfindung, dass er ein anderer Mensch werden müsse Er ging auch mit den anderen jungen Leuten zweimal im Jahr zum Nachtmahl Und war ein oder zweimal beim Genuss desselben so ergriffen, dass er Gott mit einem Eidebesseren gelobte Aber nach ein paar Tagen war alles wieder vergessen Dies zeigt auch ein Vorfall, der sich kurz vor seiner Abreise von Nordhausen in seinem 20. Jahre im Jahre 1825 ereignete Er hatte Schulden gemacht, die er nicht bezahlen konnte Eines Tages empfing er das ihm ausgesetzte Geld von Hause und zeigte es absichtlich mehreren Kameraden Dann zerbrach er das Schloss seines Koffers und ebenso das seines Gitarrenkastens Und rannte ohne Überrock in anscheinend großem Schrecken ins Zimmer des Direktors Und berichtete diesem, sein Geld sei gestohlen Man bemitleidete ihn und einige Freunde ersetzten ihm die angeblich verlorene Summe Auch hatte er jetzt einen Grund, seine Gläubiger um Aufschub zu bitten Doch war selbst für sein verhärtetes Gewissen dieser arge Betrug zu stark gewesen So dass er besonders die Gegenwart der Frau des Direktors Welche ihn mit mütterlicher Zärtlichkeit in seiner Krankheit gepflegt hatte, nicht mehr ertragen konnte Bald darauf ging er mit ehrenvollen Zeugnissen auf die Universität Halle ab Er fasste nun wieder Vorsätze, endlich einmal sein Leben zu ändern Da er aber als Student mehr als sein eigener Herr war und keine Bestrafung zu fürchten hatte Wenn er sich nicht duellierte oder öffentlich grobe Exzesse beging So fing er jetzt sein Sündenleben aufs Neue an Obwohl er Gottes Gelehrsamkeit studieren sollte Er verpfändete bald seine Uhr und einen Teil seiner Wäsche und Kleider oder borgte Geld auf anderen Wegen Dennoch fühlte er sein Elend wohl und sah deutlich ein jammervolles Ende voraus Daher schloss er sich an einen seiner früheren Schulkameraden an Den er vormals verachtet hatte, weil er ernster und stiller war als die übrigen Er hoffte durch denselben zu einem gesetzteren Lebenswandel gebracht zu werden Aber er täuschte sich Denn der Freund, an dem der Geist Gottes schon gearbeitet hatte, war lau geworden Und begehrte jetzt, durch Müller in lustige Gesellschaft zu kommen Da wurde letzterer infolge seines schlechten Lebens wieder krank Aber auch diese Heimsuchung brachte ihn nicht zur Umkehr Kaum war er genesen, so machte er mit B. und ein paar anderen Studenten eine mehrtägige Vergnügungsfahrt aufs Land Wozu sie sich das Geld durch Verpfändung ihrer übrigen Habe verschafften Nach der Rückkehr war der Vorschlag Müllers vollends eine Reise in die Schweiz beschlossen Durch gefälschte Briefe verschafften sie sich Pässe Durch Verpfändung der Bücher usw. das nötige Geld Und nun ging es meistens zu Fuß über Stuttgart in die Schweiz bis auf den Rieke Erst nach sechs Wochen kam sie wieder nach Halle, zurück Statt einer bleibenden Freude und Befriedigung brachte Müller neue Sündenschulden mit nach Hause Er hatte die gemeinsame Kasse geführt und war zum Dieb geworden Die Reise hatte ihn nur zwei Drittel von dem gekostet, was sie die anderen kostete Den Rest der Ferien brachte er bei seinem Vater zu und wusste ihn durch Lügen über die Reisekosten zu beruhigen Abermals fasste er gute Vorsätze, aber wieder vergeblich, weil sie ohne Gott gefasst waren Sobald er nach Halle zurückkam, mit neuem Geldvorrat und neuen Studenten zuströmten, so war alles vergessen Er besaß auch damals noch keine Bibel und hatte seit Jahren nicht darin gelesen Die Kirche ging er nur selten und hatte bis zum November 1825 noch niemals das laute Evangelium predigen hören Er hatte auch noch nie Menschen getroffen, die das Wort Gottes zur Richtschnur ihres Lebens gemacht hatten Denn unter den 900 Studenten der Theologie, welche damals in Halle waren, befanden sich, wie Müller später meinte, nicht neun, die den Herrn fürchteten Endlich kam die Stunde, da Gott sich seiner erbarmte Sein Genosse B. war nämlich nach ihrer Rückkehr von der Schweizer Reise in schwere Gewissensunruhe geraten und hatte wieder den Umgang der Gläubigen gesucht So war er mit einem gläubigen Handwerker in Halle namens Wagner in dessen Haus eine Versammlung gehalten wurde, bekannt geworden Auf einem Spaziergang sagte B. seinem Freund Müller von der Sache und erzählte ihm, dass man in jener Versammlung betete und die Bibel sowie eine gedruckte Predigt lese Sobald Müller dies hörte, war es ihm, als ob er etwas gefunden, wonach er sein Leben lang gesucht hätte Er bat sogleich, am kommenden Abend, an welchen die Versammlungen wieder stattfinden sollten, mitgehen zu dürfen B. hatte Bedenken, dies zuzugeben, weil er den leichten Sinn seines Freundes kannte Da aber Müller nicht nachließ zu bitten, so versprach er, denselben am Abend abzuholen B. führte wirklich zur festgesetzten Zeit seinen Freund in das Versammlungshaus Müller glaubte, als sie eintraten, sich bei dem Hausherrn wegen seines Kommens entschuldigen zu müssen Denn er wusste noch nicht, wie sehr die Gläubigen sich freuen, wenn ein armer Sünder auch nur einigermaßen um sein Seelenheil besorgt ward Der Bruder erwiderte Kommen Sie, so oft Sie wollen, Haus und Herz stehen Ihnen offen Schon diese freundliche Antwort gab ihn einen unvergesslichen Eindruck Man setzte sich und sang ein geistliches Lied Dann knieten alle nieder, was auf Müller, der noch nie jemand auf den Knien hatte beten sehen, ebenfalls einen tiefen Eindruck machte Und ein Bruder namens Kaiser, der später als Missionar nach Afrika ging, sprach ein ergreifendes Gebet Darauf las Kaiser ein Kapitel und eine gedruckte Predigt Am Schluss sang man wieder und der Hausherr betete Während dieses Gebets hatte Müller die Empfindung Ich könnte nicht so gut beten, obwohl ich viel gelehrter bin als dieser unstudierte Mann Er fühlte sich glücklich, ohne sich über den Grund davon Rechenschaft geben zu können Beim Nachhause gehen sagte er zu seinem Gefährten Alles, was wir auf der Schweizer Reise gesehen haben und alle unsere bisherigen Vergnügungen sind nichts im Vergleich mit diesem Abend So begann in Müller das Gnadenwerk und er empfing Freudigkeit Ohne zuvor tiefes Leid über seine Sünden empfunden und ohne schon eine klare Erkenntnis dessen, was mit ihm geschah, erlangt zu haben Dieser Abend war der Wendepunkt seines Lebens Die Gemeinschaft der Heiligen, in welcher der Zug der Gnade ihn erfasst hatte, wurde ihm jetzt so unentbehrlich, dass er nicht warten konnte, bis wieder der Tag der Versammlung kam Er ging schon vorher fast Tag für Tag in jenes Haus, um sich mit dem dort wohnenden Bruder zu erbauen Dagegen seinen bisherigen schlechten Umgang und die Wirtshäuser gab er auf Die Gewohnheit zu lügen legte er ab Das Manuskript eines Romans, den er aus dem Französischen übersetzte, vollendete er zwar noch Er musste es aber, als sein Gewissen schärfer wurde und ihm jene Beschäftigung als eine Sünde zeigte, schließlich verbrennen Er machte ernst mit seinem Glauben Das ist der Grundzug seines Lebens geblieben Indessen gab es noch viele Kämpfe, bis das neue Leben vollständig die Oberhand hatte Noch oft wurde er von einzelnen Sünden, selbst von offenbaren Sünden, überwunden, wenngleich nicht ohne tiefes Herzleid Auch hatte er bald den Spott seiner Mitstudenten zu tragen Aber er las die Bibel, betete viel, liebte die Brüder, ging im rechten Geist zur Kirche Kurz, er benützte die Gnadenmittel mit Fleiß So dass das angefangene Gnadenwerk trotz einzelner Hindernisse und Unterbrechung dennoch einen gesegneten Vorgang hatte Die Liebe Jesu Christi, die in Gethsemane und am Kreuz für die Verlorenen sich dargegeben, hatte sein Herz gebunden Denn er musste den wieder lieben, der ihn zuvor so hoch geliebt hatte Was keine Ermahnung oder Züchtigung des Vaters, kein eigener Entschluss und Vorsatz zustande gebracht hatte Das war der Gnade Christi gelungen Sie hatte den völlig in Sünde und Lüge verstrittenen Jüngling umgewandelt In einen lernbegierigen Schüler des Lichts und der Wahrheit Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden Amen